Also ich interessiere mich dafür, mit welcher Kraft, mal eine andere Farbe hier, F2, mit welcher Kraft hier zusammengezwickt werden kann, wenn ich an der Stelle mit einer bestimmten Kraft, ich nenne sie F1, ich nehme mal hier 300 Newton an, wenn ich mit 300 Newton zusammendrücke und wichtig ist hier der Weg, ich habe an der Stelle einen Weg von ungefähr einem Zentimeter, das ist mein Weg S2 und an der Stelle immer so 2 Zentimeter, es geht ja nicht auf 0 zusammen, also habe ich hier ungefähr 4 Zentimeter, das ist mein S1 und es gibt das Gesetz F1 mal S1 gleich F2 mal S2. Wenn man das so als Arbeit sieht, Arbeit ist Kraft mal Weg, die Arbeit bleibt gleich, nur die Kraft wird gewandelt, langer Weg wenig Kraft, kurzer Weg viel Kraft und das kann ich jetzt auflösen, F2 ist gesucht, das ist hier, also mache ich dividiert durch S2 und dann habe ich hier F1 mal S1 durch S2 ist F2 und dann kriege ich einsetzen, F2 ist Bruchstrich, 300 Newton mal 4 Zentimeter durch 1 Zentimeter, F2 ist 1200 Newton, also 1,2 Kilo Newton und das ist es. Normalerweise müsste man in der Physik immer, nee hier, Zentimeter sagt man immer in Meter umrechnen, aber weil die im Bruch oben und unten stehen, ist es egal, ist ein Sonderfall, da kürzt es sich weg und das war die Aufgabe.